Ja Freunde, willkommen zum Test dieser wunderschönen Batterie, mein Liebling momentan zur Zeit. Sie ist zu haben für 10 Euro, ist die Fire von Panda Feuerwerk, 25 Schuss. Die Batterie hat 5 Aufstiege, erste Welle sind Palmen mit jeweiligen bunten Spitzen, je nachdem. Welche Farbe. Dann Queckling, Wolken sozusagen und das Finale sind Brokat Kronen, sage ich jetzt mal, mit Blink-Effekt. Und wie gesagt, für 10 Euro ist das echt eine super Batterie, die Panda da wieder rausgebracht hat. Und deswegen gleich rausgehen zur Zündung, dann seht ihr mal, was das kleine Ding so kann. Und wie gesagt, für 10 Euro absolute Kaufempfehlung von mir. Und das sagt mein Handy auch. Also Freunde, bis gleich draußen zur Zündung. So, wir machen weiter mit der Panda Feuer. Wie versprochen natürlich. Mal schauen, was diese Kampfe zu haben. So. 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 Also ich mag es alleine schon durch den Kreisch-Effekt, also Freunde von mir eine Koffenfeder, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.